So, hallo, es geht weiter mit Portal, Jamba 18 und wie ich mich an Jamba 18 noch erinnere, die war sehr lang, ich schätze, da werden wir mehrere Parts brauchen. Also man muss erst mal hier rüber kommen, das ist noch einfach. Ja, und dann... Oh. Oh. Ähm. Das geht so nicht. Das ist schlecht. Muss ich da vielleicht in die Ecke und da auf der anderen Seite in Portal? Da vielleicht in diesem kleinen... Nö. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt. Was, das kann... Das ist auch nichts. Nichts, wo man ein Portal errichten kann. Äh, okay. Da rein, aber... Ne, da ist nichts weiter. So hochhüpfen. Äh. Ich kann hier nirgendwo... Ich kann nur hier ein Portal errichten. Ähm. Okay, das geht gut los. Äh. Was ma... Wah! Ah, so war das nicht gedacht. Okay, wie geht das? Wie zum Teufel... Wie zum Teufel soll das gehen? Also, das muss ich ja so machen, ne? Ah. Nein. Da, 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 da. Wie geht das? Dass ich mich irgendwie bis da rüber schießen kann? Geht das vielleicht? Irgendwie, dass ich... Ne, geht nicht. Also, ein bisschen in der Mitte könnte ich... Ein bisschen weiter drüben. Dass ich irgendwie... Uah. Uah. Oh! Ich stehe auf der Kamera. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich habe gerade gesehen... Hat das geklappt? Die Wand oben ist... Öffne... Öff... Auf... Oh. Ich habe, glaube ich, direkt in die... Lücke geschossen. Ne. Ah, Mist. Okay. Ich habe aber gesehen... Man kann... Da oben drauf Portale errichten. Das heißt, ich muss einfach nur... Habe ich es jetzt getroffen? Ne. Ah, okay. Ich weiß, wie es geht. Ne. Oh je. Aber jetzt. Das Portal hier ist weg. Das heißt, hier oben ist eins entstanden. Jawohl. Jawohl. Wow. Speichern. Oh mein Gott. Was für ein Mist. Wahnsinn. Okay. Hoffentlich geht das jetzt besser weiter. Hier kann ich überall Portale errichten. Das ist schön. Nur da oben natürlich wieder nicht. Ähm. Gucken wir uns das erstmal an, so. Anguckmäßig. Sagen wir so Hallo und... Nein, nein. Fallen wollte ich nicht. Ich wollte es mir nur angucken. Es muss doch eine Stelle geben, wo ich mich hinstellen kann. Da. 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 Okay. Das war eng. So und jetzt? Jetzt gibt es wieder keine Stelle. Doch da. Oder? Ne. Oh, da ist nichts. Da ist nichts. Das habe ich nur gesehen. Verdammt. Da. Jawohl. Gut. Und jetzt? Speichern. Sorry, aber... Okay. Und jetzt? Äh, hier nicht. Hier komme ich nicht hin. Da oben komme ich auch nirgends hin. Oh, verdammt. Wo ist die nächste Fläche, an der ich mich... Da. Okay. Okay, das kennen wir jetzt wieder. Uh, das war falsch rum. So, jetzt passt's. Ne. Äh, wir wollen ja da rüber. Also so. Und so. Und jetzt? Uh. Uh, das war... knapp. Das muss ich richtig rummachen. Also, hier. Wow. Ah, jetzt klappt's. Uh. Okay. Wie lang nehmen wir auf? Sieben Minuten. Und haben gerade mal den Anfangsbereich hier geschafft. Ganz fantastisch. Okay, danke, dass diese Dinge wesentlichstens nicht mehr eingekästet sind. Sonst könnte ich die hier auch nicht runterkriegen. Ich weiß noch, das funktioniert bestimmt wieder genauso, nur jetzt schwieriger. Da freu ich mich schon drauf. Okay, hier ist das Kästchen weg. Machen wir als erstes mal diese Teile weg. Äh. Hä. Wo ist der Schuss? Wo ist die Waffe... Wo ist die Waffe, die schießt und mir die Dinger entfernt? Das geht wahrscheinlich diesmal gar nicht. Kann das sein? Das muss sich anders lösen diesmal, ne? Gehen wir erstmal hier runter. Oh Gott. Oh ne, das hat mir jetzt irgendwie nichts gebracht. Ich wollte eigentlich so einen Sprung... Ah. So einen Sprung machen. Ähm. Das war doof. Ich will wieder hoch. Das gucken wir uns... ...im nächsten Video an. Ich glaub, das dauert länger. Ah. Wer schießt denn da? Ich bedanke mich fürs Zuschauen soweit. Und sage erstmal tschüss. Und es geht direkt weiter. Also. Direkt nicht für euch, aber für mich. Leider. Dieses Ding bewegt sich vor allem schon. Also ich kann bereits drauf gehen. Aber ich krieg die Dinger hier nicht weg. Ach, Harry. Sobald ihr hier hingeht, schießen die. Natürlich. 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 Mein Gott, wie krieg ich euch weg? Ich hab keine Ahnung. Könnt ihr euch gegenseitig anvisieren? Nee. Das bringt überhaupt nichts. Aber hier ist kein solches Teil, was durch die Gegend schießt. Aha. Verdammt. Wenn ich da irgendwie einen Sprung machen könnte, würde das funktionieren. Hier ist die Fläche auch weg, ne? Ja, die ist versprungen. Ja, 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 ja. Danke. Fantastisch. Wie geht das? Ich weiß es nicht. Bleib da. Ich will zurück. Oh, jetzt häng ich. Puh. Ach, jetzt bin ich noch hier. Ist vielleicht ganz gut, dass ich wieder hier bin. Ich glaube... Das war so... Nicht ganz... Richtig. Ich speichere jetzt nochmal hier. Ich glaube nämlich, man muss schnell genug sein. Nur hier unten schnell ein Portal aufmachen und wieder zurück. Und dann kann ich nämlich... Ja, 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 ja. Indem ich hier runterspringe. Komme ich hoch zu meinem Kästchen sogar. Wow. Ist das so gedacht? Dass ich da hoch zu meinem Kästchen komme direkt? So, aber wenn ich jetzt springe, dürfte ich gleich hoch genug kommen. Genau. Und ducken. Vor dem auch noch. Hier kann ich kein Portal errichten. Ich muss mich wieder fallen lassen. Ich muss das mal speichern jetzt hier. Oh, fuck. Hallo, falls es gerade abgebrochen hat. Ich bin aus Versehen in Windows gegangen. Ich hoffe, es nimmt jetzt wieder auf. Ich habe hier gespeichert und lasse mich jetzt hier fallen. Und bin mit dem Kästchen hier. Fantastisch. Mehr wollen wir doch auch gar nicht. Dann gehen wir hier hin. Und hier hin. Und dann gehen wir hier durch. Und dann gehen wir hier hin. Und müssen jetzt mit dem Kästchen diesen Sprung schaffen. Mit dem Kästchen wird der Sprung nicht so gut funktionieren. So wie das aussieht. Oh. Da kommt mir eine Idee. Ich bin auch blöde. Ich bin aber wirklich blöde. Das ist wirklich blöd. Ich kann ja hier runter springen. Da bin ich ja viel, viel, viel schneller unterwegs. Auch mit dem Kästchen. Oh, Mann. Ich bin selten dämlich. Aber wirklich. Okay. Den Bereich gucken wir uns dann im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. So, hallo. Es geht weiter mit Portal. Die letzten Sprünge sehen ungefähr gleich aus. Wenn ich mir das so angucke. Also, nicht ganz, aber fast. Schauen wir mal. Ob es einigermaßen... Äh, ein bisschen gerade sollte das Ding sein. Ob es einigermaßen funktioniert. Und auf geht's. Oh wei. Und nochmal. Ja. Ja. Warum hat er sich geschlossen? So ein Mist. Wieso hat er sich jetzt geschlossen? Die Dinger fahren weg, sobald man drauf war. Hm. Man hat immer nur einen Versuch. Aha. Das ist natürlich wiederum eine Schwierigkeit. Alles klar. Ich hab mal nur einen... Das macht... Äh. Ein ganz kleines bisschen macht das jetzt Druck. So. Minimal. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Und that's it. Hello. Goodbye. Und wir stürzen wieder ab. Na komm. Natürlich. Dann verabschiede ich mich mit diesem Absturz für heute, nein, für immer von Portal. Denn das war's jetzt mit dem Portal Let's Play. Ähm, diese Challenge Maps, da muss man irgendwie so wenig Portal wie möglich, so wenig Zeit wie möglich in den verschiedenen Chamberlain machen. Das ist mir immer wieder dann dasselbe, dass, äh, nee, das ist dann nicht weiter interessant, glaube ich, dazu zu schauen. Deswegen, das mach ich nicht. Und, außer es wird jetzt ausdrücklich gewünscht von allen, was ich jetzt mal nicht glaube. Also, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und, ja, wünsche viel Spaß bei meinen anderen Videos, Projekten, wie auch immer ich es nennen soll. Tschüss.